Was ist das? Okay, einmal auf jeden Fall ein Krug. Der Rest ist vielleicht mit, äh... Sag mal... Ach guck mal, das kann man mit Plus oder Minus hier auch so zwischen wechseln. Das ist eine interessante Info, nicht unbedingt nützlich, aber sie ist da. Mach pump! Aua, Aua! Uuuuhh, Schluck Spächte! Zack! Nein, falsche Rächtung, Kumpel! Ihr seid ihr eklig. Ja, hat gereicht. Wie, nein? Nimm das! Komm, knapp zu! Ha! Nein! Komm rüber, komm rüber! Nein, verdammt nicht! Ich hoffe, das abzulehnen! Sei gefräßig, mein Freund! Meins! So, jetzt du! Na, hat nicht... Na! Ahaha! So läuft das doch gut! Nein! Bitte! Nimm den mit! Au! Zack! Jawohl! Was, 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 was? Nein! Los, los, los! Nein! Au! Nein! Oh, da bin ich ja gefühlt über die Luft gelaufen gerade! Nein, warum denn nicht? Nimm den mit! Falsche Richtung, Kumpel! Okay, jetzt! Alter, gewonnen! Einsacken! Und einsacken! Du hast eine Fee eingesperrt! Du glücklicher! Danke! Höre ich gerne! So! Äh... Okay, schade! Ich hab gehofft, da kommt was! Aber gut! Wuck! Nein, nein, nein! Äh... Der spielt nicht schon... Doch, ich will dener! Ja! Äh... Enttagen? Wuh! Äh, wuh! Klunk! Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich weiß nicht, ob... Dener wird mythebken... ...und die Nähe, die Nähe... Ich weiß nicht, ob... ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob ich hier... ...wine deiner g westernkunde... ...und die Nähe... Das würde ich... Wenn ich hier... ist das so? Jetzt muss ich ja auch alles anheben, weil da könnte ja irgendwas cooles sein. Aber wo muss ich eigentlich hin? Da oben ist noch ein Weg. Mit dem und dann... Die Treppe war doch bestimmt die hier. Gut. Jetzt ist die Frage, muss ich diesen Schalter aktivieren? Ich lass den einfach mal so, weil ich sehr vertrauenswürdig bin. Och, kackendreißig. Ich komm da nicht rüber. Das ist mies. Oh, was? Alter, ich bin so stark mit meinem Standardschwert. Au. So, die Piste will ich holen. Ach, doch. Och, ne. Ich hätte schalten... Och, meine Güte. Wer hätte ich denn das dann machen können? Dann wäre ich von da, da drauf gehuckt. Okay, wartet, wartet, wartet. Och, hier muss ich da ja nochmal hin. Von... Äh. Doch, oben. Och, Leute, tut mir leid. Gut. Da müsst ihr euch noch ein bisschen was eingucken. Und... Wutz. Weg mit euch. Und durchgerast. Aua. Voll gegen die Wand gerannt. Och, noch eine Runde. Dann muss ich da ja nochmal... Das ist ja dumm. Och, dann mach ich aber erstmal den Weg, der da oben ist. So, nochmal Dolmetsch-Boost. Yeah. Du hättest dich auch direkt an der Leiter festhalten können, nur damit du schweißen. Nee, 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 nee. So, oben lang war ich. Mist, dann muss ich das jetzt nochmal machen. Wenn ich den Schatz haben will. Auch wenn es nur Rubi... Obwohl, vielleicht ist es... Obwohl, nee, wahrscheinlich ist es keine Muschel, weil sonst hätte er den Muschelradar angeschlagen. Ach, Mann. Ach, dann lohnt... Dann ist das bestimmt nur Geld. Und das lohnt sich gar nicht wirklich. Aber 100%. Lauf! Och, Link! Du musst auch rennen. Los! Oh Gott, nein. Oh, mmh. Ja, oh, no. Link. Sorry for your Concussion. Ja, alright, mein Dude. Oh, gut. Nee, 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 nee. Alter, du... Mieser Typ. Das ist ja... Oh, yes. Voll easy, zack. Na, komm, nehm ich mit. Wenn ich grad die Feder draußen hab. Hallo. Ach, das war... Das war richtig dumm. Ja, mein Gott. Als... Als wär's nötig gewesen, so doof zu sein. Nochmal. Ah, zack. Einfach durchlaufen. Gar keine Probleme an der Stelle. Ich find's schön, dass man die Krüge miteinander kaputt machen kann. Ob wir vielleicht ein Remake kriegen von Oracle of Seasons und Ages, aber gleichzeitig? Das wär doch cool. Ah, falsche Richtung. Haben wir jetzt hier einfach... Das ist doch wieder nur Geld. Was... Wow, 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 wow. 300er wieder. Komm in, jemand. Ei, 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 ei. Das war... Hui,ui,ui. So. Jawohl. Und zack. Na, das war daneben. Von hier nämlich. Was? Ah, von da. Zack. Na, jetzt wieder zurück. Oh mein Gott. Ist das ein belastender Weg. Noch hab ich... Halt, warte. Der Kug wirkt verdächtig. Ah, das tut er gar nicht. Der ist einfach nur da. Ja, aber was ist, wenn da was drunter ist? Da hat ein Herz. Hätte ich... Hab ich nicht gebraucht, aber... Ich hab's mir mal lieber mitgenommen. Watz, watz. So, jetzt wieder runterwärts. Aua. So, dann kamen wir hier rüber. Genau, und jetzt nehmen wir den Schalter nämlich mit. Wuuh. Konnte ja niemand riechen, dass wir da achtmal lang müssen. Aber... War der nicht eben blau? Wenn das Rot aktiviert ist, dann ist das rote Zeug oben, glaube ich. So, und dementsprechend werde ich jetzt den Weg beschreiten. Und... Meinen Schatz erlösen. Und wenn das jetzt nochmal dumm war, dann... Weiß ich immerhin, welche Farbe das war. Und warum das Spiel das alles meint. Doch, ist richtig. So, und ich soll auf die Dinger hüppen. Komisches Rätsel. Wupp. Aber es ist so... Und daneben. Und der Schatz gehört mir. Was könnte da drinnen sein? Eine Muschel wäre cool, aber dann würde es piepen. Ich hab's. Ich hab's. So, und jetzt... Da oben durch die Treppe und dann den anderen Weg lang. Und dann geht's wahrscheinlich Richtung Basskampf, würde ich sagen. Wo ich glaube, dass er gar nicht so... Besonders war. Oder war der ein... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Bup, bup, bup. Damage bootst. Und halt dich fest. Na, nicht geklappt, aber der Popikser hat mich echt weit nach oben geschossen. Und jetzt geht's nach oben. Nee. Jetzt geht's nach unten. Bup, 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 bup. Wum, 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 wum. Nein, 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 nein. Nein. Hatte gesehen, ich hab mir da einfach was rausgeklaut. Nein. Was soll denn das? Nimm. Ha. Mir doch egal. Hauptsache besiegt. Ha. Na, süße. Aber hier und zack. Yeah, Speedrun. Na, zwei Räume noch. Ii, was ist denn das? Weg damit. Äh, bummeran. Oh. Nein. Affe. Nein. Oh Gott. Nein, nein. Was machst du? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nein. Oh Gott, die Strahlen sehen so cool aus. Oh, da ist es. Ja, okay. Äh, halt erstmal. Einmal. Kommt, ne Fee. Hm. Belassen. Kann ich hier eigentlich Feuerpfeile machen? Nein. Oh, und der, der arme Pfeil. So. Döp, döp, döp. Einmal. Döp, 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 döp. Zweimal. Döp, 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 döp. Und Attacke. War es das? Ja, war das Gesicht. Ja, habt doch Zauberasche dabei. Guck nicht so. Ii geht. Soll ich dir einen Tipp geben? Na gut, wir werfen hier auf keinen Fall mit. Hoppla, jetzt hätte ich was verraten. Ja, ich hab Puder dabei, Mann. Dämonen-Fratze. Ich mach' ich rund. Heia. Höh. Nein. Okay, warte. Erstmal, 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 okay. Erstmal alles wegkommen lassen. Ich auch. Jawohl. Vielleicht geben die einem ja was, wenn man die kaputt macht. Zack, zack. Aber anscheinend nicht auch. Da krieg ich ja Schuck auf. Au. Hat er grad gegrinst? Au. Au. Was hab ich noch zum Werfen? Werfen, werfen, werfen. Bomben, Bomben werfen. Au. Habe ich jetzt verloren? Bombe. Hu, hu, hu. Okay. Dann war... Was war denn das mit der Zauberasche? Ey. Ey, das hätte ruhig noch treffen können. Ha, ha. Mach, Bum. Ja. Nichts hast du gegen mich entgegenzusetzen. Meine Bomben sind die besten Bomben im Lande. Zack. Aua. Wie tut er mir weh? Einfach durch seine große Erscheinung oder was? Ja, weil er so hässlich ist. Voll erwischt mit meinem Gedisse. Fünf Treffer reichen doch, oder? Nicht? Na. Aua, das Auge. Oh, da hat er gezwinkert. Die Riesen nicht vorne in den Wimpern. Ja. Nein, stopp. Sekunde. Hör mir gut zu. B. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, er wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du alles auf, du? Mua. Ja, aber das klingt sehr gut für mich. Ja, und ein weiterer Herzcontainer. Nur noch sechs Herzen, die uns fehlen. Jawohl. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Und wo oben durch. Oh, eine Triangel. Die nehme ich gern. Nehmen. Du hast die Korallentriangel erhalten. Ja. Nummer sechs. Oh, das ging ab. Gebirge. Ein Ruf aus den Bergen. Und ich glaube, das ist jetzt der Vogeltauer, der auf uns wartet. Oh nein. Oh. Du, 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 du. Die Monster aus Kukulink befürchtet, dass der Witz fürs Spalt aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon da sein. Geh du zum Bergturm. Fliege wie ein Vogel. Ey, das sagt sich so einfach, wenn man Flügel hat. So. Unser Menü sagt, wir kommen gut voran. Ich bin damit für heute mit meiner Aufnahme fertig, würde ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal bei Ward wieder treffen. Ihm seine Kohle geben. Ich weiß gar nicht mehr, was er machen wollte. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch so alles kommen wird. Ich würde sagen... Was haben wir denn heute? Wir haben heute den vierten Zehnten. Äh... Das heißt, meine nächste Aufnahme kommt spätestens... Also meine nächste Aufnahme fängt spätestens in sieben Tagen an. Am... Elften, Zehnten. Mal gucken, ob ich vorher schon noch was weitergemacht habe. Mal gucken, ob wir irgendwann mit dem Spiel fertig sind. Bis jetzt läuft es ja soweit ganz gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bis dahin. Und... Tschüss. Der Masken-Tempel war voll cool. Fand ich gerade. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.